Willkommen zu einem weiteren Video, in dem ich dir zeige, wie du Geld verdienen kannst. Heute geht es hier um, ja, wie soll ich sagen, einmal um Paid-Mails, das heißt, übersetzt so viel wie bezahlte E-Mails und zwar bekommt ihr da E-Mails an euer E-Mail-Postfach und da müsst ihr einfach da auf irgendeinen Link klicken, ich weiß nicht, ich glaube teilweise 30 Sekunden auf der Seite sein, teilweise länger oder kürzer oder aber auch dann einfach nur draufklicken und dann reicht es schon. Oben steht dann immer so ein kleiner Timer und ja, auf jeden Fall, ihr meldet euch einfach hier an, Vorname, Name, E-Mail, dann die AGBs akzeptieren und am besten über meinen Link, damit ihr auch auf der richtigen Seite seid und damit ihr mich unterstützen könnt, weil ich kriege so einen kleinen Bonus, ihr kriegt auch einen kleinen Bonus, ihr kriegt 5 Euro Anmeldebonus hier auf der Seite, kostenlos natürlich und ich bekomme, weil ich weiß, auch einen kleinen Bonus, ich glaube irgendwie 10% oder sowas von allen Punkten, die ihr macht, also ihr kriegt es nicht abgezogen, sondern die kriege ich von der Seite bezahlt, das ist ein Nachteil für euch natürlich und ja, wenn ihr euch angemeldet habt, dann seid ihr hier auf der Startseite und wir sehen hier dann erstmal so, ich denke mal, das ist einfach nur normale Werbung und ja, also ich denke mal, das sind die Gutscheine, weil hier steht halt zur Gutscheinübersicht und hier mit den Bonusaktionen, zum Beispiel hier irgendwelche Reisen, die man buchen kann, man kriegt 3% Verhütung, also 3% von dem, was du zahlst, kriegst du dann sozusagen zurück und hier bei einem Checkpot oder so, wenn ihr da mitmachst, kriegst es kostet nur 10 Freispiele und kriegst dann noch 50 Cent dafür, ja, also wenn man das alles hier macht, dann kann man richtig gut Geld damit verdienen, es gibt noch 321 andere und ja, hier gehen wir mal auf die Gutscheine, also die waren mal neu, jetzt mittlerweile nicht mehr, die gibt es jetzt schon länger, zum Beispiel hier, Cyberport, der Cyber Sale, dann kriegt man hier den Yamaha RX4, V481, ja, anscheinend billiger, denke ich mal, ja, dann gibt es hier noch alles mögliche, also bekannte Marken, Cyberport, Adler, Rebuy, Welle, Otto, Medion, Saturn, PressNav, Cyberport, schon wieder und es hat wirklich alles dabei eigentlich und ich denke mal, es ist wirklich für jeden was dabei, ich denke jetzt mal, Amazon ist nicht dabei, aber es ist trotzdem einiges dabei und dann gehen wir mal auf den nächsten Punkt ein, würde ich sagen, oder? Ja, hier ist soweit nichts mehr, Bonusaktionen, das ist so auch eine sehr wichtige Seite und zwar könnt ihr hier bei Geld verdienen, dann seht ihr hier so Angebote, Moneygold, Ankauf, da könnt ihr halt hier anscheinend Gold verkaufen und kaufen und kriegt dann 5 Euro, denke ich mal, soll das heißen, Cashback pro gültigen Netto-Waren-Kaufswert, müsste ich einfach mal durchlesen, ob irgendwas hier auf euch zutrifft, also ob irgendwas von euch da, ja, ob das halt, sozusagen, benötigt wird oder so, keine Ahnung, dann könnt ihr halt hier noch echt gut Geld machen, hier Vergütung, 5 Euro, hier 4, nein, 4%, ja, dann gibt es noch Spiele, ob man mit denen Geld verdient, weiß ich irgendwie nicht oder ich habe es noch nicht ausprobiert, das sind einfach Strategiespiele und dann könnt ihr da draufklicken, die Spiele, dann könnt ihr halt Feedback geben an die E-Mail, ob es dafür Punkte oder so gibt, weiß ich leider nicht, aber ich denke mal, dann gibt es noch die bezahlten Links, sind leider keine verfügbar, das ist natürlich sehr toll jetzt hier, dann das Postfach, da würden wir meine Paid-Mails sehen, im Moment habe ich da keine, weil irgendwie kommen auch keine mehr, ich habe es irgendwie aus Versehen mal abbestellt, glaube ich, muss es einfach nur noch wieder aktivieren, aber es ist ganz einfach, ich kriege eine E-Mail, da ist ein Link oder irgendeine Anzeige, also irgendeine Werbung drauf, also, ja, halt Werbung, so wie das hier oben ungefähr, halt angepasst an eure E-Mail-Postfach eben und da klickt er drauf, dann steht da ein Timer oder da steht bestätigt, dann geht er einfach wieder zurück und das war's, dann gehen wir mal auf Kontostand, wir haben jetzt meinen Kontostand, für die Aussage braucht ihr jetzt 20 Euro und ich habe aktuell 5 Euro der Bonus, 10 Cent sind von der Mail-Bestätigung, ich habe hier 20 Mails bestätigt, habe dafür 10 Cent bekommen, ich habe 20 Mal in der E-Mail auf den Link geklickt, kurz gewartet oder halt auch wieder sofort zurück, ich kriege dafür 10 Cent, ich meine, für den Aufwand ist es echt gut und im Internet Geld verdienen ist nicht leicht, ganz klar, und ganz klar kriegt man hier keine, ja, keine 100 Euro da im Jahr raus, sondern nur, es geht hier nur um so ein paar Euro, keine Ahnung, ich denke, man kann so 2-3 Mal im Jahr auszahlen, wenn man es so relativ aktiv macht und nicht übertrieben, sondern wenn man sich kurz am Tag ein paar Minuten Zeit nimmt, dann geht das, denke ich jetzt mal, ja, es gibt dann hier noch die persönlichen Daten, Einstellungen, Werbung schalten kann man auch, ja, aber gut, haben reicht nicht aus, man braucht, ich glaube, 20 Euro, da kann man das machen, das heißt, ihr könnt auch Geld einzahlen, soweit ich weiß und hier Werbung schalten auf dieser Seite, dann können natürlich auch Freunde werben, das ist jetzt hier mein Werbelink, wie am Anfang gesagt, bitte benutzt ihn, wäre ziemlich cool und, ja, ihr könnt auch selber Leute werben, wäre auch gut für euch, ja, ich meine, ihr kriegt dann auch so einen Bonus wie ich hier und ich frage mich gerade, wo eigentlich der Bonus stand, weil irgendwie nirgends was der Bonus war, ja, es ist halt echt komisch, aber okay, da unten gibt es den Kontakt, da könnt ihr dann die Leute anschreiben, eben, also die Firma, die antworten auch ziemlich schnell und, ja, was man auch so wissen sollte, die Seite gibt es, wie man oben sieht, seit zwölf Jahren, relativ erfahren, wo man kann mit ihr, wie gesagt, echt gut Geld verdienen und wenn man alle Seiten kombiniert, die ich jetzt noch vorstellen werde und vorhergestellt habe, kann man sich ein richtig gutes Taschengeld dazu verdienen, wie gesagt, keine hunderte von Euro, außer man macht halt wirklich alles sehr aktiv, dann ist das schon möglich, aber, ja, das ist schon ziemlich viel Aufwand, muss man sagen und, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr mehr wollt, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben natürlich und unterstützt mich einfach dann damit, dass ihr euch hier anmeldet und da auch Geld verdient, also dafür, dass ich dann neue Videos mache, weil wenn sich dann jemand anmeldet, sehe ich auch, ja, jemand interessiert sich dafür, dann mache ich auch keine Videos mehr darüber, ganz klar und, ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge, in einem weiteren Video, ähm, welche Seite des Tages eben wird, keine Ahnung, ich glaube Bonusbunny oder sowas in die Richtung und bis dahin, ciao Leute.